Tirol, eine traumhafte Bergregion für Wanderer und Skifahrer, aber auch für Rennradfahrer. Zum 41. Mal findet hier der Ötztaler Radmarathon statt. Eines der anspruchsvollsten und längsten Eintagesrennen der Welt. Vier schwierige Alpenbässe und 227 Kilometer Distanz. Tausende Amadeurfahrer und Profis stellen sich dieser Herausforderung. Das härteste Amateurradrennen in der Welt. Jedes Mal, wenn man da am Start steht und die beeindruckenden Berge sieht und weiß, was vor einem liegt, kriegt man ein bisschen Angst. Aber wenn man dann vom Timmelshof wieder runterkommt, ist es eines der schönsten Gefühle auf der Welt. 4.118-Radsport-begeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 32 Nationen warten gespannt am Start. Ihnen allen steht ein beinharter Tag bevor. Hast du gut geschlafen? Nein. Ich glaube, einen Stand habe ich zusammengebracht. Früh am Morgen um 6.30 Uhr fällt der Startschuss in Sölden. 3.837 Herren und 281 Damen stehen am Start. Eine Viertelstunde dauert es, bis das gesamte Feld die Linie überquert hat. Zu Beginn ist das Rennen noch neutralisiert und alle folgen dem Auto des Rennleiters, um Unfälle zu vermeiden. Die Bedingungen sind mit rund 10 bis 12 Grad hervorragend. Regen ist nicht in Sicht. Es bahnt sich ein perfekter Marathon-Tag an. Der Ötztaler hat eine lange Tradition. Fast auf den Tag genau vor 40 Jahren wagten 154 Starter erstmals das Abenteuer. Damals wie heute gilt, um die 5.500 Höhenmeter und 66 Serpentinen zu überwinden, muss man Disziplin und Motivation mitbringen. Aber auch eine Prise Verrücktheit und Sturheit. Über 16.000 Radsportler hatten sich um die Teilnahme beworben. Nur ein Viertel von ihnen erhält die Chance, sich den Traum von Mythos Ötztaler zu erfüllen. Darunter Prominente wie Ex-Radprofi René Haselbacher, Snowboard-Olympiasieger Benjamin Kahl oder die ehemaligen Skisprung-Asse Andreas Goldberger und Martin Koch. Die Strecke führt durch Nord- und Südtirol über das Kühtei, den Brennerbass, den Jaufenbass und das Dimmelsjoch. Kein Wunder, dass der Ötztaler als Mecker der Rennradszene gilt. Der erste Abschnitt aus dem Tal hinaus entlang der Ötztaler Aache gilt als Warm-up. Aber viele geben auf dem Weg von Sölden hinunter Richtung Talausgang nach Ötz schon Vollgas. Noch ist das Hauptfeld eng beisammen, aber die Siegeanwärter beäugen sich genau, um keinen Ausreißversuch zu verpassen. Der Führungspulk ist in Ötzt angekommen und nimmt nun die erste Steigung auf das Kühtei in Angriff. Auf 18 Kilometern sind 1200 Höhenmeter zu absolvieren. An diesem Anstieg trennt sich erstmals die Spreu vom Weizen. Trotz der frühen Morgenstunde warten überall auf der Strecke schon die Fans, um die Fahrer anzufeuern. Noch sind die Beine frisch und der schweißtreibende Anstieg ist kein Problem. Aber es wird wärmer und die ersten Fahrer legen ihre Jacken ab. Vorbei an Zaungästen aller Art geht es hinauf zum Kühtei-Sattel und zu einem der höchstgelegenen Skiorte Österreichs. Inzwischen hat sich eine rund 40-köpfige Spitzengruppe vom Hauptfeld abgesetzt. Die Fahrer haben ihren Rhythmus jetzt gefunden und sind froh, dass die Sonne nicht so gnadenlos herunterbrennt, wie in den heißen Sommerwochen zuvor. Schließlich ist dies nur der erste von vier langen Anstiegen. Den Zuschauern gefällt das Rennen tierisch gut und auch die Stimmung im Feld ist optimistisch. Am Kühtei sind einige der Favoriten ganz vorne dabei, wie Vorjahressieger Johnny Hogerland, der Vorjahres-Zweite Hans-Jörg Leopold und Ultraradfahrer Robert Petzold. Bei den Damen liegt die Italienerin Samantha Arnaudo vorne. Und schon geht es wieder bergab. Die erste alpine Abfahrt des Tages führt durch eine einzigartige Landschaft über Sellrhein, Grinsens und Achshams nach Kämmerten und weiter Richtung Innsbruck hinunter auf 600 Meter Seehöhe. Das Feld fädelt sich auf. Das Tempo auf dem Weg bergab in die Tiroler Landeshauptstadt ist enorm hoch. Die Spitzengruppe ist inzwischen schon etwas kleiner geworden. Während der Abfahrt zieht sich das Feld weit auseinander. Nach einer Fahrzeit von zwei Stunden erfolgt bei Achshams die erste Attacke. Der deutsche Ex-Profi Helmut Drettwar vom Team Maloyer Pushbikers holt schnell einige Sekunden Vorsprung heraus. Die Spitzengruppe ist in Innsbruck angekommen. Nun geht es stadtauswärts Richtung Bergiselschanze, dem Schauplatz der Vierschanzentournee. Aber für Gedanken an Wintersport haben selbst die Ex-Skispringer Martin Koch und Andreas Goldberger jetzt nicht den Kopf frei. Und schon geht es wieder bergauf. 39 Kilometer zum Brennerpass auf 1377 Meter. Helmut Drettwar liegt weiterhin in Führung. Er baut seinen Vorsprung auf die Verfolgergruppe mit allen Favoriten schnell auf über drei Minuten aus. Samantha Arnaudo hält weiterhin mit dem hohen Tempo der schnellsten Männer mit und befindet sich in der ersten Verfolgergruppe. Die Italienerin fährt bisher ein bärenstarkes Rennen. Obwohl Helmut Drettwar seinen Vorsprung weiter ausbaut, herrscht im großen Verfolgerfeld eher geruhsame Gelassenheit. Auf der langgezogenen Steigung zum Brenner können immer mehr Fahrer von hinten zu der Gruppe aufschließen. Helmut Drettwar passiert als erster die berühmte Europa-Brücke. Der maximal 12% steile, aber sehr lange Anstieg zum Brennerpass fordert von den Fahrern vor allem eines. Durchhaltevermögen. Das Motto des Ötztaler lautet, ich habe einen Traum. Kerstin Kampelmühler will ihn sich verwirklichen. Also den Ötztaler Radmarathon fahren wir seit einigen Jahren zu dritt mit meinem Mann und meinem Bruder. Es war immer mein Traum, den einmal zu schaffen. Das erste Mal war ich mit meinem Mann alleine unterwegs. Und mein Bruder hat das miterlebt, wie wir uns da gefühlt haben dabei. Dann haben wir es 2017 das erste Mal gemeinsam gemacht. Und seitdem machen wir es jedes Jahr und haben es bis jetzt auch schon viermal gemeinsam geschafft. Was mir so wichtig ist, dass es bei uns in der Ehe auch wird, dass wir das gemeinsam machen. Das Radfahren ist eine der wenigen Sachen, die man gemeinsam machen kann, auch wenn man nicht gleich gut ist. Man schaltet dann einfach einen Gang runter oder rauf und man kann nebeneinander fahren. Und das ist eben beim Laufen schwierig, beim Radfahren ist das super. Und das ist einfach für uns, wir verbringen so viel Zeit am Rad gemeinsam. Wir fahren da rauf und runter, stundenlang oft nebeneinander und reden oft kein Wort miteinander. Aber wir sind halt einfach parallel und nebeneinander und fahren das gemeinsam. Das ist einfach schön. Es ist für uns auch diese Fortbereitung für den Ötztaler, das genießen wir wahnsinnig. Also wir sind jedes Wochenende irgendwo in den Bergen unterwegs. Am Brenner haben die Fahrer die ersten 127 Kilometer geschafft und die Grenze nach Italien überquert. Jetzt geht es hinunter nach Südtirol und Sterzing. Helmut Trettwar hatte am Brenner einen Vorsprung von über acht Minuten auf die Verfolger. Bei den Damen führt jetzt Katharin Rossmann vor Marta Malta und Samantha Arnaudo. Die Spitzenfahrer befinden sich jetzt auf dem Anstieg zum Jaufenbass. 15,5 Kilometer und 1130 Höhenmeter sind von Dahl in Sterzing aus zu überwinden. Die gleichmäßige Steigung fordert den Fahrern alles ab. Schließlich ist es schon die dritte Challenge des Tages. Dieser Anstieg auf über 2000 Meter Seehöhe ist heftig und mühselig. Als Motivationsspritze darf man sich immerhin auf die Hochgeschwindigkeitsabfahrt freuen, die von der Passhöhe wieder hinunter auf 700 Meter bis nach St. Leonard im Basaiertal führt. Gerade fehlt ein bisschen Sauerstoff, zu viel Laktat. Aber also, wenn wir zu 150 Kilometer auf dem Tacho, du hast ja manchmal auch Spaß, dich zu quälen hier hoch. Wir hatten Platten gehabt bei der Pflegung. Aber diese tolle Community wurde mir ausgeholfen. Also alles in der Rötschlau. Wir müssen sich nie mehr von der Ankelen. Aber so passt super, wenn ich. Vorfreude. Ein bisschen jetzt rausnehmen und dann am Ende nochmal Gas geben. Der frühere Dopp-Skispringer Andreas Goldberger nimmt seit einigen Jahren regelmäßig am Ötztaler Teil. Mir ist schon mal besser gegangen, ehrlich gesagt. Paskaler von 1 bis 10. 10 ist schlecht, oder? Ja. 9,7. Nein, heute ist nicht meine Tag, Merke. Für ein paar Mal. Wahrscheinlich ist es wunderbar. Vor allem lässig ist. So viel Leif jetzt, vor allem bis Stärzing neben der Straße noch so. Das ist schon motivierend. Cool. Ja, die Beine schmerzen schon ein bisschen. Ja, Herausforderung auf alle Fälle die Höhenmeter. Und natürlich soll man doch einen schönen Tag haben und die Landschaft genießen hier in Italien und in Tirol. Der Jaufen-Bass rückt nun immer näher. Wenn sie oben sind, haben die Fahrer 159 Kilometer geschafft und damit nur noch 68 Kilometer vor sich. Allerdings wartet danach das gefürchtete Timmelsjoch. Helmut Trettwer liegt weiter vorne, aber sein Tritt wird immer schwerer. Zwischendurch war sein Vorsprung auf über 11 Minuten angewachsen, aber jetzt kommen die Verfolger immer näher. Die kleine Gruppe um Hansjörg Leopold, Robert Petzold, Alban Lakata und Daniel Federspiel macht stetig Boden gut. Trettwer ist dagegen ganz auf sich allein gestellt. Er fährt jetzt schon die Hälfte der Strecke ohne Unterstützung. Die Verfolgergruppe macht einen wesentlich frischeren Eindruck und erhöht das Tempo. Sie wittern ihre Chance, den Führenden trotz seines gewaltigen Vorsprungs doch noch einzuholen. Der Kanadier Jack Burke treibt die Gruppe an. Er will Trettwer unbedingt noch abfangen. Als die Verfolger die Passhöhe erreichen, haben sie sieben Minuten gut gemacht und liegen nur noch viereinhalb Minuten hinter Trettwer. Bei den Damen führt die deutsche Katharin Rossmann dreieinhalb Minuten vor Samantha Arnaudo. Die Holländerin Marta Malta ist mit fünf Minuten Rückstand dritte. Mir geht es noch gut, aber Timmels wird übel. Deswegen spare ich noch ein paar Körner für die letzten 30 bergauf. Das ist mein erstes Mal Ötzi, aber ich fühle mich gut. Weiter hinten im Feld haben die Fahrer immer mehr zu kämpfen. Die Anstrengungen zeichnen sich in ihren Gesichtern ab. Sie geben alles, um das Ziel in Sölden zu erreichen, um den Ötztaler zu finishen. Trotz der Mühen lässt sich niemand die Laune verderben. Alle leben ihren Traum, auch der Salzburger Rupert Schnöll. Meine Kollegen sind mehr wie Kollegen. Wir verbringen auch in der Privatzeit sehr viel Zeit miteinander. Wir trainieren. Das verbindet uns sehr und haben auch in der Freizeit viele Aktivitäten. Wir rennen, wo wir meistens in der Mannschaft starten. Und unter anderem heuer beim Ötztaler Radmann. Ich bin drei Mal beim Ötztaler am Start gestanden, und habe dann 2015 die Diagnose bekommen, dass meine Nieren durch eine Autoimmunerkrankung kaputt gehen. Ich habe dann 2016 von einem guten Freund eine Niere bekommen. Ich bin da in der Klinik Innsbruck gelegen, habe aus dem Fenster geschaut, habe auf das Gehüter gesehen, Richtung Brenner über die Bergiselschanze und war sehr, sehr wehmütig, weil ich mir gedacht habe, dieser Traum ist zu Ende, er wird nie mehr wieder in Erfüllung gehen. Und ja, heuer geht er in Erfüllung. Ich habe gut trainiert und ich freue mich, mit 19 Kollegen wieder am Start des Ötztalers zu stehen und hoffentlich den Ötztaler zu finishen. Vom Jaufenbass rasen die Teilnehmer nun 1300 Höhenmeter bergab nach St. Leonhard im Passajertal. Eine anspruchsvolle Abfahrt voller Kurven und Serpentinen, auf der man höllisch aufpassen muss und nicht zu schnell werden darf. In St. Leonhard werden die Fahrer vor dem Schicksalsberg Timmelsjoch noch einmal kräftig angefeuert. Helmut Drettwer ist schon im Anstieg. Wird er die Spitze verteidigen können? Die Verfolger spielen ihre Karten klug aus und kommen immer näher. In Moos, nach einem Viertel des Anstiegs, dreht Drettwer sich um. Sind die Jäger schon in Sichtweite? Dann ist es passiert. Ein kurzer Schulterklopfer, eine faire Geste der Anerkennung durch den Kanadier Jack Berg und Drettwer muss die Führung abgeben. Erschöpft wird er nach hinten durchgereicht und belegt am Ende Platz 22. Sechs Stunden sind die Fahrer schon unterwegs. Das Timmelsjoch ist die letzte, ultimative Herausforderung. 1744 Höhenmeter mit 12 bis 14 Prozent Steigung müssen die Fahrer auf dem 29 Kilometer langen Anstieg bewältigen. In Führung liegt jetzt eine Gruppe mit den Ex-Mountainbike-Weltmeistern Daniel Federspiel und Alban Lakata sowie Jack Berg. Dieses Trio setzt sich von den anderen beiden Fahrern ab. Dann greift Jack Berg an und der Antritt des Kanadiers ist unwiderstehlich. Die Österreicher Federspiel und Lakata können nicht mithalten. Berg fährt schnell einige Sekunden Vorsprung heraus. Jack Berg zieht davon. Der Kanadier wittert seine Chance auf den Tagessieg und vergrößert seinen Vorsprung stetig. Der 27-Jährige ist in Toronto geboren, lebt seit einigen Jahren in Tirol und fährt für das Team Felbermayr-Simplon-Weltz. Souverän und mit stetigem Rhythmus arbeitet sich Berg die Spitzkehren zum Dimmelsjoch hinauf. Durch guten Zuspruch von außen wird der Kanadier zusätzlich motiviert. Als Berg in den Tunnel einfährt, weiß er, er hat es geschafft. Er hat das Timmelsjoch bezwungen und das Dach des Ötztaler Radmaradons erreicht. Mit mehreren Minuten Vorsprung vor seinen Verfolgern überquert er die Grenze zurück nach Österreich und Tirol. Für Berg folgt der Downhill zurück hinunter nach Sölden. Er geht mit einer komfortablen Führung in diese Schlussabfahrt und muss nicht viel riskieren. Ein einsamer Endspurt ins Ziel. Berg kann sich schon jetzt über seinen Sieg freuen und genießt die Anfeuerung durch die Fans im Zielbereich. Er ist am Ziel seiner Träume. Nach unglaublichen 7 Stunden, 10 Minuten und 13 Sekunden überquert Berg die Ziellinie. Und dort zeigt sich, wie stressig der Ötztaler auch für das Material ist. Der Sattel gibt nach und er landet eher unsanft auf dem Asphalt. Die Schmerzen sind schnell vergessen. Als erster Kanadier gewinnt Jack Berg den Ötztaler Radmaradon. Ja, unabhängig vom Ergebnis ist dies mein Lieblingstag im ganzen Jahr. Ich wohne im Stubaital. Ich wohne also genau hier. Das sind meine normalen Trainingsstrecken. Es ist sowieso schon der beste Tag des Jahres. Es ist das Rennen auch noch zu gewinnen, ist wirklich cool. Es macht einfach Spaß. Der Kampf um Platz 2 bleibt spannend. Die Österreicher Alban Lakata und Daniel Federspiel scheinen auf gutem Weg zu sein, die Podestplätze unter sich auszumachen. Aber das Duo spürt Druck von hinten. Ihr Landsmann Dominik Salcher kommt am Anstieg zum Dimmelsjoch immer näher. Lakata, dreifacher Mountainbike-Marathon-Weltmeister und Federspiel zweimaliger Mountainbike-Weltmeister im Eliminator-Bewerb machen eigentlich einen guten Eindruck. Aber dann ist es soweit. Dominik Salcher rollt von hinten heran. Kurz vor der Passhöhe überholt der Tiroler aus dem Brixendal die beiden erfahrenen Mountainbiker und zieht davon. Dominik Salcher lässt seine Landsmänner alt aussehen. Er baut den Vorsprung stetig aus. Federspiel spürt mit Hansjörg Leopold noch einen weiteren Konkurrenten im Nacken. Ihm scheint ein wenig die Kraft auszugehen. Salcher dagegen wirkt topfit und bestens gelaunt. Er weiß, wenn er als erster an der Passhöhe ankommt, ist ihm Platz zwei kaum noch zu nehmen. Der 31-Jährige erreicht Sölden. Aber während der Abfahrt ist ihm Alban Lakata noch einmal bedrohlich näher gekommen. Kann der Mountainbike-Weltmeister sich den zweiten Platz im Ziel spürt zurückerobern? Lakata schiebt sich immer näher an Salcher heran. Die Zuschauer feuern die beiden frenetisch an. Aber Salchers Vorsprung ist zu groß. Er gibt den zweiten Platz nicht mehr her und setzt sich am Ende hauchdünn vor Alban Lakata durch, der sich mit Rang 3 zufrieden geben muss. Nach 7 Stunden, 13 Minuten und 18 Sekunden erreicht Dominik Salcher als Zweiplatzierter das Ziel. Drei Sekunden hinter ihm holt Alban Lakata Bronze. Ja, froh, dass ich heil im Ziel bin, ohne Verletzung. Und gut gegangen auch noch, also perfekt, ja. Ja, ich hab gewusst, dass ich bergauf gut bin, dass meine einzige Schwäche bergauf bin. Und deswegen hab ich sehr viel Selbstvertrauen bergauf gehabt. Und zum Glück ist mir dann aufgegangen, ich bin nicht eingegangen. Und es wurde halt einfach dann gewaltig, dass man dann als zweiten Raum drüberfährt, ja. Ja, eigentlich bin ich ein bisschen enttäuscht, dass es nicht auf dem zweiten gereicht hat. Es waren ein paar Sekunden jetzt, drei, vier, fünf Sekunden. Mein Ziel, mein großes Ziel ist schon noch, es zu gewinnen, ja. Also ich werde es nächstes Jahr wieder probieren. Also ich bin voll motiviert und bin zwar schon 43 Jahre, aber ich hab noch was Offen da, ja. Während Bürg, Salcher und Lakata im Ziel schon feiern, kämpfen sich die Damen noch das Timmelsjoch hinauf. Katharin Rossmann aus Heppenheim fährt seit einiger Zeit ein einsames Rennen inmitten der Herren. Die Gewinnerin der diesjährigen Tour Transalp konnte sich am Jaufenbass von Samantha Arnaudo und Martha Meilter absetzen. Seitdem hat die 33-Jährige ihren Vorsprung stetig ausgebaut. Rossmann bricht auch am Anstieg zum Timmelsjoch nicht ein und verteidigt ihren ersten Platz bis zur Passhöhe souverän. Damit ist die Abfahrt nur noch Formsache. Die Heppenheimer Triathletin überquert das Ziel vor 5000 Radsportfans in Sölden mit einer sagenhaften Zeit von 8 Stunden, 4 Minuten und 34 Sekunden. Dass ich gewinnen kann, habe ich erst gewusst, bis oben an der Mautstation, am Timmelsjoch oben. Weil davor habe ich immer gedacht, die Energie ist so schwankend, vor allem am Timmelsjoch, das ist so hart gewesen, das Timmelsjoch. Da war immer mal 5 Kilometer gut, dann war man wieder da und dann wieder gut. Und oben wusste ich dann, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es geschafft. Und dann war auch die Abfahrt, habe ich nur gedacht, was eine geile Sache, dass du es geschafft hast. Ich hätte es nicht gedacht, dass es klappt. Samantha Arnaudo aus Italien, die das Rennen zu Beginn angeführt hatte, muss sich am Ende mit 6 Minuten Rückstand auf Rossmann mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Im Ziel haben sich die beiden Erstplatzierten viel zu erzählen. Die Niederländerin Marta Malta komplettiert das Damenpodium als Dritte. Malta erreicht das Ziel mit knapp 9 Minuten Rückstand auf Rossmann. Katharin Rossmann gewinnt den Ötztaler Rabmaradon vor Samantha Arnaudo und Marta Malta. Während die Siegerinnen im Ziel schon die Sektkauken knallen lassen, plagen sich viele Amateure noch das Timmelsjoch hinauf. Die Anstrengungen haben sich tief in ihre Gesichter gegraben. Aber so knapp vor dem Ziel will niemand mehr seinen Traum aufgeben. Diese Zahlen sagen alles. Ein Fahrer verbrennt auf der Strecke 9000 Kalorien und muss 12,5 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen. Super, wenn wir es geschafft haben, super. Zumindest mal bis darauf. Jetzt schauen wir mal, dass wir den nächsten Gegenanstieg noch schaffen. Und dann mit rennen ins Ziel. Bereits im Ziel ist Rupert Schnöll, der nach seiner schweren Krankheit nun seinen Traum verwirklicht hat. Er finischt sogar knapp unter 9,5 Stunden. Ja, wie gesagt, meine Geschichte ist mittlerweile schon ein bisschen bekannt. Ich bin in der Klinik Innsbruck gelangt 2016 und habe auch von einem guten Freund eine Niere bekommen. Und da habe ich halt aufs Küttay gesehen, auf den Brenner, auf die Bergiselschanze. Und da hat man sich als Ziel gesetzt, wieder bei Mötze zu starten. Und ja, ich bin den Tränen nahe. Ja, es ist unbegreiflich. Es ist absolut, also wenn man immer vom Mythos Ötztaler spricht, es trifft zu. Weil die Erlebnisse, die du hast auf der Strecke, die Beschimpfungen, die du dir selbst gegenüber gibst, und die ganzen Erlebnisse, speziell aufs Ziemelsjuhhofe, das sind ein Wahnsinn, das sind Momente, die wird man nie wieder vergessen. Und deswegen glücklich diesen Mythos erfolgreich beendet zu haben. 3.566 Teilnehmer erreichen das Ziel in Sölden und dürfen sich Finisher des Ötztaler Radmarathons nennen. Auch dem Letztplatzierten, der knapp vor dem Besenwagen das Ziel erreicht, jubeln die 5.000 Zuschauer noch frenetisch zu. Denn beim Ötztaler ist jeder ein Sieger. Am Abend werden die Erstplatzierten in Sölden geehrt. Katharin Rossmann und Jack Berg gewinnen den 41. Ötztaler Radmarathon. Dem nächsten Jahr wird der Ötztaler bereits am 2. Sonntag im Juli ausgetragen. Das Datum steht schon fest. 9. Juli 2023. 10.iałeig. 10.G Commons 17. Beruf 10.95% 30. zag. auf 11.02 . 10.03. 10.10. 12.0 wurde Akite MS Westen 2. Stephen Und beaucoup auch Tôi Hände immer wieder quite gut! 10.03. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020